Willkommen beim Romane-und-mehr-Podcast und der dritten Staffel, dem Road-Movie-Roman Basta, König der Sunshine Coast. Erschienen ist auch dieser Roman im Rowold Verlag. Auf geht's. Basta, König der Sunshine Coast. Pa wirft die Kofferraumklappe unseres VW Tuareg zu. Ein sattes, fast stilles Geräusch. Als den Wagen das erste Mal gesehen hatte, gefiel mir die anthrazite Farbe und die dunklen Scheiben. Jetzt erinnert mich das Ding einfach nur an eine Gruft. Und Mom hält mir die Tür auf. Steige ein. Dann gesellen sich meine Eltern vorne dazu. Ich sitze wieder hinten. Nicht wie in den Pickups auf der Fahrerbank. Innerlich schrumpfe ich. Wieder Kind. Kryptonit. Wir rauschen aus dem Parkhaus Richtung Autobahn. Mom dreht sich um. Sie kriecht fast über die Lehne des Beifahrersitz zu mir. Jetzt erzähl doch mal. Ich bin so neugierig. Du hast dich so kurz gehalten. Zwei Anrufe und eine Postkarte ergänzt Pa. Der Geruch des Wagens nach Leder und Spray vermischt mit dem Parfüm meiner Eltern schnürt mir die Kehle zu. Die Armaturen blitzen mich an wie die Augen einer wilden Kreatur. Jetzt komm mal, Basti. Wie waren deine Mitschüler? Hast du Freunde gefunden? Bestimmt, oder? Von der ganzen Welt? Fragt Mom weiter und schaut mich erwartungsvoll an. Wir fädeln auf die Autobahn ein. Ja, sag ich. Freunde hatte ich ja gefunden. Das war noch nicht mal gelogen. Schön. Und die Lehrer oder die oder war das einer oder mehrere? Ich drehe gleich durch. Silvesterböller explodieren in meinem Kopf. Wahnsinn bei 150 Stundenkilometern. Okay, so geht das nicht. Es muss raus. Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Auf Dauer erst recht nicht. Erzähl doch, erzähl doch, sagt sie wieder. Und ich beuge mich jetzt vor. Weg von der Rückenlehne, als wollte ich das Polster so wenig wie möglich berühren. Ihr habt doch in der Schule immer gesagt, Hauptsache die Noten stimmen. Das hast du gehört? Sagt Paar. Ja, und das ist doch richtig, oder? Frage ich. Was kommt jetzt? Wie meinst du das? Er blickt in den Innenspiegel. Ich lehne mich wieder zurück. Ich war zu nah an Mom. Angenommen, sage ich. Nein. Also ich habe perfekt, also ich habe wirklich perfekt Englisch gelernt. Daran gibt es keine Zweifel. Und das war das Ziel, richtig? Das Ziel wäre eine Note, oder? Das könnte man unter Umständen so sehen, sagt er. Mom lässt ihn gerade reden. Wenn ich nun Englisch besser gelernt habe, als ihr euch erhofft habt, dann ist es doch fast egal wie, oder? Fast. Mom stöhnt. Hat irgendwas nicht mit der Schule gestimmt? Und? Ich schaue sie an. Etwas? Das war eine Postkastenadresse. Was? Fragen jetzt beide. In einem heruntergekommenen Haus. Da war nichts. Mom, frag mich. Das gibt es doch jetzt nicht. Und was hast du gemacht? Bist du in eine andere Schule gewechselt? Ich bin ins Leben gewechselt. Ich lasse das für einen Moment so im Auto stehen, fahre aber fort, bevor einer der beiden beginnen kann. Ich bin gereist. So habe ich Englisch gelernt. Ich habe mich mit den Menschen unterhalten. Pa geht merklich vom Gas. Beinahe, als wolle er auf der Autobahn eine Vollbremsung hinlegen. Er beherrscht sich. Bitte, was hast du gemacht? Gereist? Ja. Wie? Mit dem Bus bin ich gefahren. Fähren, zu Fuß, per Anhalter. Per Anhalter, kreischt Mom los. Alles okay. Die sind alle voll nett da. Voll nett? Ja. Die Kanadier? Ja, klar. Wo bist du denn hingereist? fragt er. Ich bin die Küste hoch, nördlich von Vancouver und dann rüber auf die Insel. Welche Insel? Vancouver Island. Sag mal, habt ihr euch überhaupt angeguckt, wo ihr mich hinschickt? Das habt ihr wohl so gemacht wie die Suche nach Turbo English Limited. Toller Name übrigens auch. Hat's da nicht bei geklingelt, frage ich. Das kann doch gar nicht sein, sagt Pa. Doch, sage ich. Die hatten erst klassige Referenzen. Wo? Im Internet? Ja. Dürrö, mache ich. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch. Die muss es doch geben. Bist du abgehauen? Boah, nein. Den Laden gab es nicht. Und ich habe einfach gedacht, was soll ich dann hier? Aber dann waren die Leute okay und ich habe gedacht, na, wenn ich jetzt schon mal in Kanada bin, dann gucke ich es mir wenigstens mal an. Nein, sagt Mom und schlägt die Hände auf ihre Wangen, als hätte ich gesagt, sie würden Großeltern werden. Pa fragt Ernst, hast du unser Geld wenigstens von denen zurückverlangt und verpulvert? Wir fahren jetzt rechte Spur mit stur 100 Stundenkilometer. Nein, wie soll ich da etwas zurückverlangen von einer Firma, die es nicht gibt? Ja, wie bist du denn? Ich hatte doch Essensgeld, sage ich. Mein großzügiges Budget. Hast du schon vergessen? Aber da kann man doch nicht, da kann man doch von, also Essen, aber das reicht doch nicht zum Reisen und... Doch, sage ich. Wunderbar. Wo hast du denn dann übernachtet? Jugendherbergen? Auch, am Ende, sage ich, aber hauptsächlich auf dem Zeltplatz und privat. Zelt? Das hatte ich mir direkt als erstes besorgt. Privat? Fragt jetzt Mom. Wie meinst du, privat? Eine Pension? Eher nicht, denke ich, mit dem Bild des zerschossenen Trailers von Ruth im Kopf und sage, ich wurde eingeladen. Von wem? Von den Menschen, die ich getroffen habe. Pa antwortet, wo denn getroffen? Unter der Brücke? Eingeladen von den anderen Obdachlosen? Nein, ich. Mir reicht's, wo zu diskutieren. Das verstehen die nicht. Die sind nie so gereist. Und übrigens, ich will wieder zurück. Die beiden schauen einander an. Mom guckt hin und her. Er setzt den Blinker, um einen Lastwagen am Berg zu überholen. Na dann spar mal, tüchtig. Sobald wie möglich, sage ich. Nach der Leere. Keine Leere. Was? Blick in den Innenspiegel. Meine Mom legt ihre Hand auf seinen Arm. Das ist der Jetlag. Das ist der Jetlag. Er schläft sich erstmal aus und dann sieht die Welt morgen schon wieder ganz anders aus. Ich antworte rasch, damit er wieder nach vorn auf die Straße guckt, sonst vergisst er das noch. Kein Jetlag. Ich war niemals wacher. Und morgen wird gar nichts anders aussehen. Ich kann das nicht. Und ich will das nicht. Dass ihr mich nach Kanada geschickt habt, war das Beste, was mir passieren konnte. Danke. Danke. Ehrlich. Tausend Dank. Mein Paar schüttelt den Kopf. Du musst doch einen Beruf lernen. Stimmt, aber nicht den. Was denn? Mal gucken. Wir rollen an den großen Rädern des Lastwagens vorbei. Wie lange willst du hin? fragt er. Bis ich es weiß. Wann sollen das sein? Keine Ahnung. Dann guck dich hier um. Überlege hier. Berufsberatung. Nein, sage ich. Er zieht wieder rüber auf die rechte Spur. Warum nicht? Warum in Kanada? Wegen Marlin. Stille. Sie tauschen wieder Blicke aus. Jetzt hat er da eine kleine Kanadierin geschwängert. Quatsch habe ich. Was dann? Wir mögen uns. Du bist verknallt? Wie ja. Dafür wirft man nicht seine Zukunft weg. Die werfe ich auch nicht weg. Die nehme ich mir. Er überlegt jetzt und Mom fragt. Warum kommt sie denn nicht hier rüber? Wozu? Was gibt es denn hier? sage ich. Jetzt antwortet wieder mein Paar. Ein Junge mit einer Leere. Ganz sicher nicht. Die kanzle ich gleich morgen. Mom schließt die Augen wie ich bei der Landung. Es darf doch nicht wahr sein, poltert mein Paar los. Und sie sagt zu ihm. Siehst du, das hast du jetzt davon. Bin ich jetzt an seiner Meise schuld? Hat eine Leere in der Tasche und nichts schmeißt du hin morgen. Ich rufe um 10 Uhr an, sage ich. Mach dich nicht unglücklich. Mich mache ich damit nicht unglücklich. Bestimmt nicht. Mom versucht uns zu beruhigen. Wir gehen heute Abend erstmal ins Bett und schlafen uns alle schön aus. Und dann rufe ich um 10 Uhr morgen früh an. Tust du nicht? Tue ich doch. Er schlägt noch ein paar Mal aufs Lenkrad. Was willst du denn machen? Was? Ich weiß es nicht, gebe ich zu. Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Paar weltlos. Du bist jung. Du solltest lieber noch zur Schule gehen. Müssen. Oder zum Bund. Den gibt's zum Glück nicht mehr, sage ich. Das wär's noch. Ich bin damals hingegangen. Da hättest du auch nicht so einfach abhauen können. Und ich schaue meinen Paar an, als hätte er mir das Tor in eine neue Welt geöffnet. Dann plötzlich liftet sich der Schleier und ich erkenne meinen Weg. Ein Auslandsjahr. Ich mache ein soziales Jahr im Ausland. In Kanada. Mom versucht es nochmal. Du kannst doch die Lehre machen und danach das sind drei Jahre meines Lebens. Nein. Malin rennt mir nicht noch ein viertes Mal zufällig über den Weg. Um 10 Uhr kündige ich meinen Lehrvertrag und um 5 nach 10 rufe ich bei einer Stelle an, wo man sich um ein soziales Jahr in Kanada bewerben kann. Paar lacht gekünstelt los. So schnell geht das nicht. Das geht so schnell. Und falls das nicht so schnell geht, warte ich darauf. Aber in Kanada. Dann sehen die auch meine große Motivation. Und in der Zeit kann ich mir natürlich überlegen, was ich machen will. Und ich kann Malin kennenlernen. Vielleicht finde ich einen kleinen Nebenjob. Nichts Großes. Und ich lasse mir Gitarrenunterricht geben. Und wenn das klappt mit dem sozialen Jahr, dann bekomme ich auch wieder ein kleines Taschengeld pro Monat. Das sollte reichen. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Das braucht mein Paar dazu. Ich schaue aus dem Seitenfenster auf die vorbeiflitzenden Autobahnsträucher und blende die weitere Diskussion aus. Und um 10 nach 10 werde ich Malin anrufen. Falsch, falsch. E-Mailen. Anrufen werde ich morgen Nachmittag. Wegen der Zeitverschiebung. Ich schaue auf meinen Unterarm. Noch immer ist dort das XOXOM auf meiner Haut zu erkennen. Und ich höre wieder den Jazz. Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Roman Basta, König der Sunshine Coast. Und es folgen jetzt noch einige Bonus-Episoden, wo ich auf ein paar Details eingehe und Details eingehe. Und vielleicht auch noch ein paar Passagengläse, die es nicht in den Roman geschafft haben. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, dann bitte liken, teilen, weitersagen oder eine kleine Rezension hinterlassen. Ich würde mich super freuen. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mich auch ruhig kontaktieren. Auf meiner Homepage torstennesch.com findest du die Links zu all meinen Social-Media-Konten, ebenso die Links zu den Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Google Podcast und auch die Links zu all meinen Romanen. Die Musik hier ist wie immer von Max Würden und den findest du auf Bandcamp. Bis zur nächsten Episode. Tschau.